Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch diese Geometrieaufgabe aus der 10. Klasse am Gymnasium mitgebracht. Schauen wir uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Von einem gleichschenkligen Dreieck ABC sind gegeben, Alpha ist genauso groß wie Beta und zwar 65 Grad und wir bekommen den Flächeninhalt des Dreiecks mit 11,5 Quadratzentimetern gegeben. Die Frage ist, wie lang ist die Basis AB. Okay, vielleicht zeichnen wir erstmal unser gleichschenkliges Dreieck. Das bedeutet, dass zwei Seiten gleich lang sein müssen, also die hier soll genauso lang sein wie die hier und dann schließen wir das Dreieck hier unten mit der Basis ab. Die Basis soll AB sein, also starten wir hier mit AB und hier oben haben wir unseren Punkt C. Die Winkel sind gegeben und zwar Alpha und Beta mit 65 Grad. Das können wir dann hier bei Punkt A einzeichnen und auch beim Punkt B. Und ansonsten bekommen wir noch den Flächeninhalt dieses Dreiecks gegeben, nämlich mit 11,5 Quadratzentimetern. Das ist alles, was wir haben. Vielleicht bezeichnen wir die Seiten unseres Dreiecks mal noch. Die Basis ist ja gesucht, das nenne ich mal ganz klassisch X. Und die beiden Schenkel sind ja gleich lang, dadurch, dass es eben gleichschenkliges Dreieck ist. Also sage ich mal, die Seite heißt Y und die ist eben genauso lang wie diese Seite hier. Okay, dann starten wir einfach mal mit dem Flächeninhalt, würde ich sagen. Wie würde man den Flächeninhalt denn berechnen in unserem Dreieck? Dazu müssten wir die Höhe einzeichnen. Wir nehmen X mal als unsere Grundseite und die Höhe ist dann eben von der gegenüberliegenden Ecke zur Grundseite einmal hier so schön senkrecht runter. Und von der Formel hätten wir 1,5 mal die Grundseite, also in unserem Fall X, mal die zugehörige Höhe H, die wir hier schön eingezeichnet haben. Das ist die Formel für den Flächeninhalt und der ist hier jetzt schon mit 11,5 gegeben. Wir haben hier also jetzt eine Gleichung, in der unser X vorkommt, was wir herausfinden wollen. Das Problem ist nur, dass da noch das H drin steckt. Über das wissen wir noch nichts. Deswegen schauen wir mal, was wir über das H herausfinden können, dass wir das hier einsetzen können und danach dann diese Gleichung nach X umstellen können, damit wir das eben herausfinden, was in der Aufgabe gesucht ist. Also, wie sieht es aus mit H? Wir haben H ja jetzt eingezeichnet und dadurch ist ein rechtwinkliges Dreieck hier entstanden, von dem wir einen Winkel haben. Rechtwinklige Dreiecke, Winkel, das läuft alles auf Sinus, Cosinus und Tangens hinaus. Vielleicht zeichnen wir unser linkes Dreieck hier erstmal ab, damit wir da die Bezeichnungen reinpacken können. Da haben wir hier unseren 65-Grad-Winkel, hier die Seite Y, hier die Höhe H und die Länge dieser Seite hier unten. Wie lang ist dieses Stückchen hier? Die ganze Seite ist ja X lang. Dadurch, dass wir ein gleichschenkliges Dreieck haben, ist das Ganze hier symmetrisch aufgebaut. Das heißt, dieses Stückchen hier ist einfach die Hälfte der ganzen Seite. Also das Stück, was wir hier unten haben, ist eben die Hälfte von X, also X halbe. Und an diesem Dreieck wenden wir jetzt Sinus, Cosinus oder Tangens an, je nachdem, was uns da behilflich ist. Vielleicht schauen wir erstmal, wo die Hypotenuse liegt. Die liegt ja immer gegenüber von dem rechten Winkel. Also in unserem Fall ist Y die Hypotenuse. Was nicht so praktisch ist, also Y, damit würde ich jetzt nicht gerne arbeiten, weil wir über Y gar nichts wissen. Wir haben ja H und X in unserer anderen Gleichung gehabt und mit denen würde ich gerne arbeiten. Also Y ist raus, das heißt die Hypotenuse ist raus. Der Sinus und der Cosinus benutzen aber die Hypotenuse, also sind die beiden raus. Und wir nutzen einfach den Tangens, denn der benutzt keine Hypotenuse. Also der Tangens von 65 Grad ist dann nichts anderes als die Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Die Gegenkathete liegt gegenüber von diesem Winkel, also das ist in unserem Fall H. Und das wird einfach geteilt durch die Seite, die an unserem Winkel anliegt. Das ist X halbe. Und dann haben wir hier eine schöne Gleichung, die wir nach H umstellen können, denn für H wollten wir einen Ausdruck finden. Damit H alleine steht, müssten wir diesen Bruch hier auflösen. Also wir könnten diesen Nenner einfach auf die linke Seite bringen, indem wir mal X halbe rechnen, denn hier steht ja durch X halbe. Und wenn wir mal X halbe machen, dann hüpft das eben auf die linke Seite. Das heißt, da steht dann der Tangens-Teil und wird multipliziert mit X halbe. Und das löst hier diesen Bruch auf und nur das H bleibt dann stehen. Damit haben wir die Gleichung nach H umgestellt. Das habe ich jetzt nochmal hier unten hingeschrieben. Und wir wollten das ja hier in dieser Gleichung von unserem Flächeninhalt, wollten wir hier dieses H ersetzen. Und das machen wir jetzt auch. Ein halb mal X lassen wir so stehen. Aber für das H setzen wir jetzt das ein, was wir gefunden haben. Das war dieser Teil hier. Und das ist dann nichts anderes als 11,5. Und damit haben wir eine größere Gleichung gefunden, in der aber nur noch X als Unbekannte vorkommt. Also dieser Tangens von 65 Grad, das kann man ja einfach in den Taschenrechner eintippen. Das sind nur Zahlen und X. Und diese Gleichung lösen wir jetzt nach X auf. Fassen wir mal ein bisschen was zusammen. Vielleicht erstmal die Zahlen. Wir haben hier ein Halb mal und hier hinten steht ja nochmal ein Halb X. Also ein Halb mal ein Halb könnten wir zu ein Viertel zusammenrechnen. Dann X mal X ist einfach nur X Quadrat. Und dann bleibt noch dieser Tangens-Teil übrig, den wir einfach in den Taschenrechner eintippen können. Und rechts, da stehen nur die 11,5. Das ist ganz nett. Okay, dann wollen wir diese Gleichung nach X auflösen. Das heißt, alles andere muss verschwinden. Ein Viertel verschwindet, indem wir mal 4 rechnen. Dann bleibt nur der X-Teil und der Tangens-Teil erstmal auf der linken Seite stehen. Und rechts haben wir 11,5 mal 4, was 46 ergibt. Dann, wenn wir weiter nach X auflösen wollen, muss der Tangens hier noch verschwinden. Also teilen wir durch diesen Tangens von 65 Grad. Dadurch steht unser X-Quadrat dann endlich mal alleine auf der linken Seite. Und rechts haben wir die 46 geteilt durch diesen Tangens. Dann sind wir fast fertig und stört nur noch das Quadrat. Aber bei so einer Gleichung können wir einfach die Wurzel auf beiden Seiten ziehen, müssen nur beachten, dass dabei dann zwei Lösungen rauskommen. Bei so einer Gleichung eine positive und eine negative. Das heißt, unsere erste positive Lösung ist die Wurzel von diesem Bruch, den wir da haben. Das können wir alles einfach in den Taschenrechner gleich eintippen. Und dann mathematisch gesehen bekommt man eben noch eine zweite Lösung, eine negative Lösung, also minus die Wurzel von dem, was wir da stehen haben. Das Ding ist nur, eine negative Lösung macht bei uns jetzt hier gerade bei der Aufgabe keinen Sinn, denn X war ja eine Seitenlänge. Und eine negative Seitenlänge brauchen wir hier in dem Fall jetzt nicht. Aber mathematisch gesehen gehört es halt eben zur Lösung dieser Gleichung dazu. Aber für X1, also für die positive Lösung, können wir das einfach in den Taschenrechner eintippen und bekommen einen Wert von 4,6 raus als Lösung für die Länge unserer Basis. Und damit haben wir die Aufgabe geschafft. Dann bin ich gespannt, wie ihr vorgegangen seid. Schreibt eure Lösungswege gerne in die Kommentare. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!